Wie fange ich eigentlich am besten an? So wie es gewesen ist. Bevor ich das Video starte, möchte ich gerne, dass du ein Abo auf meinem Kanal dalässt, denn das ist kostenlos. Und wenn dir das Video gefällt oder gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen nach oben da. Das bringt mir und natürlich den Kanal voran. Übrigens, vielen, vielen lieben Dank für schon über 800 Abonnenten. Dankeschön, Grüße gehen raus. Ich danke für diesen Support. Und jetzt geht es weiter im Video. Ich glaube, bei diesem Video weiß ich gar nicht, wie ich genau anfangen soll. Aber ich begrüße euch erst mal recht herzlich hier auf meinem Elektro-Ronny-Kanal. Ich bin der Ronny. Ja, es gibt sehr viele positive Neuigkeiten und eine Terminänderung, die auch sehr positiv ist. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall, die Papiere sind heute gekommen. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ganz in Ruhe, denn ich habe gestern am Montag, den 16.8. einen Anruf erhalten. Wieder von Tesla aus Berlin. Da war wieder der nette Dude dran, mit dem ich schon mal telefoniert habe. Und der fragte mich tatsächlich, was machst du eigentlich am 28.8.? Und ich dachte so direkt, halt, stopp, 28.8., das war doch der Samstag. Da habe ich direkt geantwortet, natürlich so wie ich bin. Ja, dann würde ich am liebsten um 7 Uhr zu Tesla fahren und eventuell mein Model Y abholen. Und er sagte, naja, ganz so früh kriegen wir das nicht hin. Aber so gegen 12.30 Uhr habe ich jetzt einen neuen Termin am 28.8. um 12.30 Uhr. Ich hoffe, die Daten stimmen soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was das Ganze angeht. Kann man mit Sicherheit nachvollziehen. Und ja, dann hat er mir gesagt, dass wohl auch die Papiere diese Woche rausgehen. Diese sind dann tatsächlich gestern verschickt worden. Wir haben, also ich habe es im Tesla-Forum dann gelesen, so gegen 18 Uhr hat jeder seine Versandbestätigung bekommen von UPS, dass heute, also ich nehme das Video jetzt am Dienstag, den 17.8. auf, dass es da heißt, bis 12 Uhr werden die Papiere zugeschickt. Meine sind auch pünktlich um 9.30 Uhr von UPS zugestellt worden. Und ja, ich habe natürlich dann direkt reingeschaut, um das Thema direkt vorwegzugreifen. Viele machen sich ja Sorgen um den Akku. Welchen Akku hat man denn da jetzt? Und ich muss das ganz kurz ablesen, damit ich jetzt hier nichts Falsches wiedergebe. Und zwar ist es der Y5 Cesar Dora, also Y5CD-Akku. Und das ist wohl der gleiche, der im Model 3 schon verbaut ist und war. Ich habe dann mal nachgeschaut. Das ist tatsächlich auch der, den ich in meinem Model 3 Long Range hatte. Und ich, ja, also man macht da viel Hehl drum wegen der Ladekurve. Für mich wird das vielleicht einmal im Jahr interessant, wenn ich dann zum Supercharger muss und dann da die fünf oder maximal zehn Minuten länger warten muss wie andere vielleicht. Stört mich persönlich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig, weil ich freue mich viel, viel mehr über das neue Fahrzeug und die Felgen. Ich habe direkt im COC auf der Rückseite, kann man nämlich sehen, was da für Felgen draufstehen. Und ich hatte dann ganz unten gelesen und da war ich total schockiert, weil da stand dann die Reifengröße, aber mit Radius 19. Ich dachte direkt, nee, das kann nicht sein. Dann habe ich noch weiter gelesen und tatsächlich steht in der Mitte aber unter der Höchstgeschwindigkeit steht nochmal die korrekte Reifengröße. Denn das sind dann die 255 40 R20, also mit den 20 Zöllern, was ich ja auch bestellt hatte. Also ich bin super happy. Erstens, dass es am 28.08. um 12.30 Uhr schon losgehen soll, was natürlich drei Tage vorgezogen. Ich habe auch Urlaub, also das heißt den Montag, Dienstag, Mittwoch darauf habe ich Urlaub. Ich freue mich wahnsinnig, denn ich möchte ja für euch auch einige Videos machen. Ich habe mir auch schon ein paar Locations rausgesucht, wenn es regnet, wenn es stürmt, schneit, was auch immer, damit ich auf jeden Fall Videos liefern kann. Denn das erste Video werde ich wahrscheinlich auf der Heimfahrt machen und während der sich dann wahrscheinlich noch kalibriert etc. Also die ganzen Einstellungen vornimmt, will ich auf jeden Fall schon ein Video machen. Ja, Brief ist gekommen, wie gesagt, COC ist gekommen. Da kann man dann die Daten ablesen. Ich habe da nochmal nachgeschaut, soll wohl irgendwie auch über 500 PS haben. Denn der hat hier, ihr könnt es gerne berichtigen, also er hat auf jeden Fall auf der Frontachse 158 Kilowatt, auf der Hinterachse 220 Kilowatt. Also das sind die Motoren, die das leisten. Gut, braucht man mit Sicherheit nicht, aber ich fand es halt nur interessant, um das zu wissen. Ja, ansonsten, morgen konnte ich natürlich auch noch einen Termin um 11.30 Uhr beim Straßenverkehrsamt bekommen. Das heißt also, morgen werde ich den dann auch direkt zulassen. Ich mache da jetzt auch gar keine Kompromisse und sage mir dann so, ach komm, da wartest du noch eine Woche oder so. Ach komm, also diese eine Woche, die kostet vielleicht 10 Euro bei der Versicherung, dann habe ich aber alles safe. Das heißt, dann ist der 28.8. nicht mehr weit. Eine Sache gilt es noch zu klären, denn ich habe bei meiner Versicherung, ich bin bei der Hook, wo ich auch das Model 3 versichert hatte, weil die konnten mir den besten Preis damals machen, natürlich Vollkasko. Und ich bin in der Schadensfreiheitsklasse 23 und hatte für das Model 3 damals 508 Euro bei einer Laufleistung von 12.000 Kilometer bezahlt. Und deswegen wollte ich auch wieder zur Hook. Da sagte man mir dann, und da musste ich schlucken, ja, Herr Gulisch, ich kann Ihnen da gar kein Angebot machen. Ich denke so, okay, was jetzt? Und natürlich kennen die Autoversicherungen oder generell die Versicherungen sich damit aus, wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt, gibt es natürlich zwar, ja, die Typenzulassung, die übrigens Anton Bertadorer ist. Und ja, und dann 14.30, glaube ich, für Tesla. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich meine, 14.30 war die Marke Tesla und Anton Bertadorer, da bin ich mir aber ganz, ganz sicher, dass es ABD war für die Model-Y-Typenzulassung. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann erst mal geschluckt und da sagte er, aber machen Sie sich keine Sorgen, Sie bekommen von mir die EVB-Nummer, die man für die Anmeldung für das Straßenverkehrsamt braucht. Und da war ich natürlich dann happy. Also alles zusammen, alles ist jetzt fertig. Personalausweis ist nicht abgelaufen, der ist auch safe. Also steht der Anmeldung nichts mehr im Wege. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Das heißt, wir haben nächste Woche Samstag, das klingt so nah, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ihr merkt das wahrscheinlich. Bin auch super aufgeregt. Und ja, ich sitze übrigens gerade in dem e-Up, den ich auch über Nextmove mir gemietet habe. Und nein, das ist kein Sponsoring oder so, ich habe es bezahlt. Also da möchte ich jetzt, dass das auf jeden Fall klar ist. Das soll es für das Video gewesen sein. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Morgen geht es für mich zum Straßenverkehrsamt. Und ich freue mich drauf und dann habe ich den 28.8 vor Augen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Am Tag der Auslieferung werde ich auch ein Video machen. Ich muss nur noch gucken, wie das dann klappt, wie ich da hinkomme. Entweder kann mich ein Kollege fahren oder ich werde mit dem hier dann einfach fahren und werde ihn dann dort ins Park ausstellen. Ich kann mich daran erinnern, letztens hatte Tesla mich gefragt, wie ich da hingekommen bin. Ob sie jemanden mitschicken sollen, der den Wagen zurückfährt. Kann ich mich gut daran erinnern. Naja, lassen wir es auf jeden Fall mal so stehen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Über einen Daumen nach oben natürlich auch. Das bringt mich und den Kanal natürlich voran. So können wir ganz schnell die 1000 Abos hier knacken. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für 800 Abonnenten. Und wenn du dir auch einen Tesla kaufen möchtest, nutze bitte auf jeden Fall einen Referral-Code. Bei der Bestellung kannst du den Mitarbeiter darauf ansprechen. Dann kannst du gerne meinen verwenden, den ich hier wie immer einblende. Oder nutze natürlich auch gerne einen von deinem Bekanntenkreis. Und jetzt danke ich mir immer fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag oder Abend. Ich freue mich. Bis dann. Cheers. Tschüss.